Und schlafen wir uns und shit. Ich glaube, ich werde irgendwann am Ende, wenn ich nochmal die ganzen Extra-Charaktere, sofern ich sie freischalten kann, auch mal zeigen. Aber wir machen erstmal als der normale 0815-Protagonist weiter. Den will ich nicht sehen, das kenne ich schon. Den kenne ich schon. Voll langweilig, Alter. So. Ganz vergessen, B war schießen. Ich sollte mir das merken. Das habe ich auch schon mal besser gekonnt. Woo! Okay. Also wie gesagt, das ist jetzt die erste Aufnahme mal mit Headset. Wundert euch also denn nicht, wenn das Ganze mal ein bisschen anders klingt an meiner Stimme. Außer scheiße. Du bewirfst mich nicht mit Dreck. Ja. Okay, Flammenwerfer ist auch noch da, sehr schön. Flammenwerfer ist doch toll. Mr. Foyfoy. Ich wusste, du begleitest mich auch hier ins Spiel. Mr. Foyfoy ist überall. Alter, ihr seid ganz schön resistent. Ist euch das mal aufgefallen? Immer schön nachs Haus. Man schaltet ja auch, man kriegt ja auch ein paar Sachen dabei. Hey Meg, what's up? Wow. Meg fällt. Ich mein Baum fällt. Wow. Da, 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 da. Tschüss. Tschüss. Ist das ein riesiger Santa Claus? Das ist er. Und er wirft mit Geschenken nach mir. Ja, nee. Habt ihr. Wow. Ich hinterfrage das Spiel nicht mehr, okay? Ich lasse es einfach. Es ist einfach... It is different. Aber es wird ja von euch angenommen. Also von daher... Say, why not? Nicht schon wieder. Gleich weg. Brennende Ninjas, die mit Haien schmeißen. Ja, nee. Ist richtig. Habt ihr ihn hier? Also irgendwie waren die... Kam mir die Granaten am Anfang hier effektiver vor. Oh, er macht ihn wieder. Komm. Hallo, ich hab grad das schon das Zack geladen. Ich klang mehr wie ein Creeper als sonst was. So. Immer schön mal andere Sachen kaputt machen. Die kam mir dann doch ein bisschen zu nah. Ich stehe auf totale Zerstörung. Wisst ihr doch? Wow. Gesehen. Wow. Gesehen. Das ist nicht mal mehr Arme, Junge. No Ninjas. Das Haus da gefällt mir auch nicht. Och, Skelette. Ja, nee. Okay, aber die haben nicht diesen komischen Schuss, der so... Oh. Die haben einen viel beschisseneren Schuss. Och, Alter. Ich hasse diese Skelette. Ihr dürft gehen. Ihr Skelette dürft gehen. Ganz ehrlich. Und ihr? Ihr seid auch keine bessere Eigenschaft für die Sozialität. Wow. Höchst du auf. Und langsam das Gefühl, die weichen damit aus. Ja, die weichen damit aus. Die klappen einfach mal zusammen wie so ein Duftbäumchen und dann... Und dann gehen die kaputt. So. So. Der Flammenwerfer ist geil. Einmal so durch die Gegend sprayen und dann... Ja. Hast du eigentlich schon dein Problem... Dein Tagesbedarf am Problem gedeckt. Hab den hier. Shit. Das war meine letzte Granate. Okay. Musst die immer dann erwischen. Oh. Ja. Gut. Hat sich erledigt. Bin schon durch. Ich darf schon gehen. Gut. Lehrer sagt, ich darf gehen. Gut. Sechste Stunde fällt aus. Tschüss. Mauer des Königin-Schlosses in der nördlichen Stadt. Geiler Scheiß. Ich weiß, dass er das wäre. Wenn ich gleich rauskomme, gehe ich rein und... Was? Ich habe gesagt, der Prinz ist nicht hier. Wenn du willst, kann ich ihm eine Nachricht übermitteln. Äh. Nein. Eine Nachricht? Verbotts. Alter, die dreht durch. Uh. Hey there, Beauty. Och, nö. Müsst ihr ja nicht jede Love-Story ruinieren? Ihr blöden Viecher. Mal ganz ehrlich. Tut on the note. Tut on the note, dat dat tut. Oder? Hey, die Stage, die ich bei meiner Freundin gespielt habe. Bin ich immer noch der Meinung, war, dass sie mir vergessen hat, zu sagen, wie man dodgt. Robin Hood Zombies. Dude, no shit. Scheiß. Okay, ich kann mich nur... Ich kann nur abwarten dabei. So, erstmal ein bisschen was zerschießen. Sind ja gerade nur so ein paar Spacken. Wow. Aha. So geht das auch. Pfeile, don't care. Ah, ihr seid Skelette. Sag doch im Ton. Okay, die Mauer geht kaputt. Was willst du denn? Ganz ehrlich, ich hatte echt das Gefühl, die Granatlatte hatten zu Anfang eine bessere Reichweite. Aber war auch gar nichts anderes, ey. Jetzt habe ich es. Stirb, Meg. Ich glaube, ich verstehe langsam das Ganze. Scheiße. Nee. Wow, ihr schmeißt mir Torte. Oh, nee, nicht die Vögel. Wow. Gut jetzt. Ist jetzt gut. Wow. Wow. So. Skelettos, Problemos, Gelöslos. Oder auch nicht. Hier dran. Du auch. Ich glaube, ich fokussiere mich gerade schon wieder zu sehr auf einen Gegner. Ja, tue ich. Tue ich. Scheiß Statue. Die hat mir nichts gegeben. Doch, hat sie. Amo. Das finde ich so geil. Man kriegt Amo, wenn man einfach mal die Umgebung zerlegt. Was ich ja nun mal, wie man mich kennt, lieben gerne mache. Oh Gott. Du gehst weg. Ich habe mal eben den kompletten Hintergrund zerlegt. Was soll das denn? Ihr sollt weg. Ihr, ihr, ihr und ihr. Und ihr. Wow. Item, Amo. Ja, sehr gut. Ich wurde von irgendwas getroffen. Ganz ehrlich, das Spiel hier mit Achievements. Stell ich mir geil vor. Weg. Ich finde es schade, dass der Sound der vom Flammenwerfer irgendwann einfach, ich sag mal, weggeht, wenn man ihn ein bisschen länger benutzt. Das ist nur ein Skelett. Kann ich mir noch ein bisschen was abholen an. Verleckte Bolz. So. Ihr kleinen Suchtbolzen. Weg. Hört auf, mit Torte zu schmeißen. Sag mal. Ganz ehrlich, was geht mit euch? Ihr habt doch echt Probleme in dieser sozialen Welt. Oh Gott. Ich glaube, ich habe nichts mehr, was ich irgendwie zerlegen kann. Und noch einiges am Stage vor mir, so wie ich sehe. Wow. Lach nicht so. Du bist nicht Robin Hood. Sieht sich zwar so an, so mit den Strumpfhosen oder so, aber... Oh, oh, oh. Treffe ich? Nö. Natürlich nicht. Treffer. Treffer. Oh, der Turm. Beziehungsweise die Türme. Wollen wir noch was? Wir haben ja auch nicht wirklich was gegeben. Die Skinny More Collector Builds. Ah, nein. Okay, aber ich habe noch ein Leben. Einen Leben habe ich noch. Beziehungsweise zwei. Whatever. Okay. Alter. Wie gern hätte ich jetzt noch irgendeine Waffe. Irgendeine andere. Beziehungsweise. Von dem Pansons treffe ich ja niemanden. Doch. Doch. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Fick-ken. Fick-ken. Nochmal. Nochmal. Gib's mir. So, jetzt gibt's euch. Jetzt gibt's euch so. Ja. Hallo. Äh. Danke. Geht doch. So. Ich hoffe mal mit meiner Stimmqualität geht das so. Also wie gesagt. Ist neu und mit per Woll. In den Kasten. Bist du das? Da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Ja, diese, diese Objekte, die da einfach mal in der Gegend liegen. Da habe ich das Gefühl, die bringen mehr als meine Granaten. So. Okay, aber die Objekte können auch auf die Gegner fallen und das kann dafür sorgen, dass tolle Sachen beziehen. Ich merke das schon. Oh, ich erinnere mich mal an ein Kommentar. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen sollte. Aber, ähm. Bei dem Let's Play Sin and Punishment von WeHawk AP ist mir mal ein Kommentar aufgefallen. Der ist, der Typ ist richtig aufgefallen. Weil ich habe selten sowas lächerliches und erbärmliches gesehen. Ich meine, äh, Sin and Punishment ist so ähnlich wie das, was ich hier gerade mache. Und, ähm, interessanterweise gab es da einen Clown, der meint zu müssen, This Game is for Noobs. Real Pros play Call of Duty. Ja, wirkliche Männer geben wirkliches jedes Jahr das gleiche Geld aus für ein Spiel, was sich so gut wie nicht ändert. Bis auf ein bisschen Grafik und ein paar Maps. Äh, ja. Ganz ehrlich, meine Meinung zu Call of Duty wollt ihr gar nicht. Die würdet ihr gar nicht verkraften können. Ist auch noch eine Startfuhr. Wir nutzen halt jetzt einfach mal, um das ein bisschen kaputt zu machen. Und dann... Den. Und den. Ja, das hat was gebracht. Ich hasse diese Skelette. Skelette als erstes. Brumm. Äh, da steht noch ein Turm. Die meisten Sachen brauche ich echt nachher, wenn ihr... Hier zum Beispiel. Diese kleinen Harlequin-Bastarde, die müssen weg. Alles muss hier gerade weg. Mr. Foyfoy macht das. Alles läuft über Afterburn. Lebe ich. Wie Team Fortress hier. Fast wie Team Fortress. So. Sehr gut. So, schon wieder bei 66%. Geht doch langsam. Mäh. Super, voll vergeigt. Okay, habe ich hier soweit alle Gegner? Ja, habe ich. Kann ich den Turm da hinten? Nee, kann ich nicht. Ja, der Regenbogen. Ist euch der Regenbogen mal aufgefallen? So, ihr kleinen Bastarde. Brennt. Wow, Kuchen haben wir... Ja, fair.